Gemeinsam gegen das Vergessen. Also mein Großvater ist ja Widerstandskämpfer. Im Prinzip bin ich damit groß geworden, dass es total wichtig ist, seine Meinung zu sagen und eine Haltung zu haben und die auch öffentlich zu vertreten. Ich bin aber auch damit groß geworden, dass wenn man das tut und nicht alle anderen da in der Meinung sind, dass es tödlich enden kann. Weil mein Großvater hat es halt das Leben gekostet. Das hat in mir, und das wusste ich nicht, bevor ich selber ausprobieren musste, dazu geführt, dass ich Ängste entwickelt habe. Das heißt, ich habe meinen ersten Radiojob gehabt in einer relativ exponierten Position und hatte Angst. Ich hatte plötzlich Angst, meine Meinung zu sagen. Einfach weil ich wusste, wenn das nicht das Richtige ist oder das, was die Allgemeinheit denkt, dann wird das total gefährlich. und das, also das war nicht rational, aber ich hatte plötzlich dieses Gefühl von Öffentlichkeit, von öffentlich zu sein, von angreifbar und verletzlich zu sein in einer Art und Weise, die mich fast den Job gekostet hätte tatsächlich, weil ich wusste, wo das herkam und das auch nicht unter Kontrolle hatte. Gemeinsam gegen das Vergessen. Der